Nichts zu glauben, dass Sky erst von einer Stunde eingeschlafen ist. So müde Zähneputzen fällt aus. Was ist mit dir? Lebst du überhaupt noch? Ich bin so erschlagen. Ich glaube, ich kann nicht aufstehen. Ich glaube, ich kann gar nichts. Hier. Danke, Baby. Sky muss lernen, nachts durchzuschlafen. Wenn er wieder los schreit, nachdem Bad, Füttern und Bäuerchen machen erledigt sind, lassen wir ihn schreien. Einverstanden. Ich halte noch so eine Nacht einfach nicht durch. Selbst wenn er nicht weint, dann will er spielen. Und das um drei Uhr in der Früh. Er ist wie ein kleiner Vampir mit dicken Schenkelchen und drei Zähnchen.